Dein Fitnessstudio hat wenig Equipment oder du trainierst zu Hause, dann sind hier drei effektive Trizepsübungen mit der Kürzhantel. 1. French Press Achte hierbei darauf, deinen Oberarm immer etwas schräg nach hinten zu halten, um die Spannung auf dem Trizeps nicht zu verlieren. Um die Übung noch effektiver zu machen, kannst du French Press auf einer Negativbank ausführen. 2. Enges Bankdrücken oder alternativ Floor Press Hierbei solltest du deinen Ellenbogen nahe an den Körper bringen, um das Gewicht nicht mit der Brust, sondern mit dem Trizeps zu bewegen. Hierbei wird primär der mediale und laterale Trizepskopf beansprucht. 3. Trizeps Extensions Überkopf Achte hierbei darauf, im aktiven Bewegungsradius zu trainieren. Das bedeutet, nehme die volle Dehnung in der unteren Position mit und strecke deinen Arm nicht komplett durch, denn in der oberen Position hast du nahezu keine Spannung auf dem Trizeps. Bei Überkopfübungen wird primär der lange Trizepskopf beansprucht. Mit diesen drei Übungen kannst du deinen kompletten Trizeps effektiv nur mit Kürzhanteln trainieren und für mehr Gains folge mir. Mit diesen drei Übungen kannst du den Kürzhanteln trainieren und für mehr Gains folgen.